So liebe Leute, Willkommen zurück zu Let's Play Maikwa. Ja, mit Sachen Spider-Kill. So, heute werden wir erstmal kümmern, dass wir eine Farm bekommen. Obwohl ich zweifelte, dass ich irgendwann mit Monster spielen werde. Ich bin da ein bisschen zu feige, meine lieben Leute. Da steht das nicht falsch, aber ich bin da einfach zu feige zu. Ich bin lieber, so gesagt, immer der vorsichtige Typ. Ja. So. Autsch. Autsch. Allererst, was wir machen müssen, ist das mal abbauen. Man kann ja mit Too Much Annie, wie war das mit Volt Editor zu machen? Und jemand hätte Null eingeben. Das Problem ist, Leute, dass es hier leider kein Volt Edit gibt. Ich bin ein großer Freund davon, von Volt Edit. Er hätte wirklich keine Sachen hier erschaffen. SPC auf der Playstation. Support aktivieren. Ja. Naja. Es wäre schon nice, wenn ich hier in Roller. Er hätte ich schon richtig stylisch heute erschaffen. Man muss hier leider alles mit Block oder Block bauen. Das magst du bei der Kee mal so gerne nicht. Du lachst mich aus? Nein, ich halte es aufs Maul. Du lachst mich hin. Ich bin hab da immer mehr fliegig. Du lachst mich, Leute, denn ich spüle es nicht. Pallen, hake deine hake Zähne ein. 20. 20 für neleitest du halt. Wirst du, wie viele Blöcke wir haben? Dann wissen wir hier 20 nehmen. Moment. Ja, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn Blöcke haben wir. Über 30 Zolle brauchten. Jetzt in den vorigen Part. Schnauze mein Schaap. Dann geht das gleich. Auch noch ein bisschen 30 Mal. Würde er gerne wissen, wo Melon oder Kürbissamen sind. Ja, das ist ja schon geil. Schau, dass man hier nicht Fantasy Pack hat. Das wäre so richtig geil, oder? Fantasy Pack wäre so richtig nice. Wisst ihr warum Fantasy Pack nice ist? Weil man da, ja, weil man da sein eigenes Texturenpaket erstellen konnte. Geht leider nicht auf der Konsolenrediktion. Ach, zwei brauchen wir noch. 38. Erst da brauchen wir einen Eimer, Alter. Bis zu was, der Raum wie geht es einfach mal die Dörflein aus. Wenn wir so noch ein paar Eisen würden. Wir nehmen nämlich erstmal selbst einen Eimer. Ja, erstmal. So. 38. Ich brauche noch zwei auch. 39. Eben brauchen wir dann noch. Ja. Nur noch ein Ding. So. So. So, Dörflein. Jetzt kommt Spider-Kill. Da ist der Witz, was das heißt. Doch wo wohnert dich Klappe. Oder geh kacken du bitch. Geh KACKEN. Villager. Ey, die lachen mich aus. Warum lacht die Hackfaces nicht aus, Alter? Was hab ich heute angetan? Lass mich so auslachen zu... Hört auf mich auszulachen! Zwei Freemidorfbewohner oben. Das sind auch Schafe. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Nein, ich komm nicht mehr raus. Ich war ein Dorfbewohner-Klapser. Ich weiß ja, Alter. Ja, ich hab das Spiel hier. Ich hab das Spiel hier. Oh, Mann. Love 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 Spatterkey! Love 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 Spatterkey! Tja, Leute. Fack. Perfekte VVX für den perfekten Tag! Ja, warte, warte. Schauen wir uns mal 3-Eisen. Hab nix immer! Cube Life würden die Leute übelst ausrasten, wenn man da an die Kiste überschaut. Der Family Denk späteren Update suchen, dass der Korone bis Agro wählt, wenn man die Kiste aus dem Haus raucht. Agro-Dorf-Bewohner! Schafe Schrauben. Schafschläger, Spider-Kind! Ich bin doch kein Schafschläger, ich bin. Dann brauchen wir... Ich werde jetzt mal einen kleinen Eimer erwähnen. Ich werde mal so einen Eisen betracken. Ein Eimer, bitte! Okay... Dann wären wir jetzt wieder nochmal den Wickel auf die Kiste drauf. 4 5 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 Wir können auch noch unendliche Wasserquille machen, da habe ich damals was Geilgeil gesehen, aber der kann Deko schon früher, aber für so einen kurzen D-Progest genommen unendliche Wasserquille. Das sind ja bloß drei Eimer. Zwei. Und. Moment. Den brauchen wir noch, oder zwei, keine Ahnung. Autsch. Nicht mehr. Drei. Scharf halt die Fresse. Ich habe den automatischen Farmen gemacht. Aber ich habe noch ein bisschen zu bequem für. So. Hier ist es. Perfekt. Jetzt wollen wir bloß eine Feldhacke. Und die können wir uns in der Quassikäbe machen. Mit der Hacke wäre ein bisschen zu wertvoll. So wenig du hast. Bestens ausgerüstet. Geil. Wir treten auch keine lächerlichen Tiere rennen. So lange ich da nicht dachte. Was ist eigentlich die Kamera? Warte mal. Na kurz ein Cut. Ist ja. Dass die Kamera einfach abstürzt. Ich sehe mich sonst immer passiert. Ja. Hat jetzt letztlich hier mal gesagt. Lieber Zuschauer. Ja. Okay. Ich habe jetzt auf genauesten Stänge abgemessen. Okay. Perfekt. Dann haben wir schon mal eine Farm. Was kommt als nächstes? Könnt ihr mal die Tausend bisschen vergrößern. Lassen wir uns wieder Bäume schlagen. Dann gehen wir jetzt einfach mal fucking Bäume schlagen. Bad Job. Boah. Ich bin auf die Fresse hier. Boah. Aber es ist halt nur fucking Schluckoff. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung irgendwas. Der Schluckoff ist halt aber. So was kann man einfach nicht verstehen. Cleveland Shaw Schluckoff sagt immer dazu. Cleveland Shaw ist nervig. Und Schluckoff auch. Ich gehe mal gleich was trinken Leute. Immer noch mal durch. Putzen tat. Ich komme mal gleich wieder. Ein Augenblick liebe Leute. Das ist echt nervig. Immer noch schön Schluckoff. Ich weiß nicht warum ey. Ich habe keine Ahnung warum ich jetzt so einen scheiß Schluckoff habe Leute. Eigentlich ist das übelst nervig. Ich weiß nicht warum ich immer so einen scheiß Schluckoff bekomme. Schlimmer diese fuck Instanoodle nie essen habe. Aber. Ja. Obwohl ich gerne instant nur den esse. Toll ist meine Fritzsack und meine. Meine Axt. Meine Axt ist noch kaputt die Axt. Meine wunderschöne Axt. Meine Spider Kill Axt. Meine Spider Kill Axt. Die habe ich. Müsste eigentlich reichen für noch ein Zimmer. Mal sehen. 32. Die Draube ist 48. Die Draube ist 48. Die Draube ist 48. Das muss einfach sein. Ah ne. Nicht stehen warum nicht stehen warum. Das ist so ein Drecksbaum hier. Das ist so ein Drecksbaum hier. Warte mal. Nicht so ein. Nicht diese. Nicht diese. Nicht diese. Nicht diese Paaren. Ey die das hier haben wir jetzt. Leute. Keine Bogen. Sondern. Aber man mag hier nicht aufzubauen heute. Weil die so schwer sind. Vor die Fresse. war die kultur fe healer. Ich bin sicher. Ich bin die Tür. Es ist nicht richtig Voll. Hier ist halt ein idiotisch. Ich mich! Und noch 10er 39 Höher 3 Auch genau Immer so wie der Kopf ist doch im Farben Die fällt locker denn Da meinte da nicht so aus Das habe ich damals zumindest wie ich damals Aufwände macht habe Das mache ich jetzt Nachher wieder Wir haben jetzt irgendwo einen Cave runter Also nicht im Cave sondern am Cave Boah noch 4 Boah noch 4 Ok aber jetzt über 48 Aber ja 47 Dann werde ich jetzt Erstmal nach Samen gucken Mit Samen Mit Samen Mit Samen mitnehmen Mit Samen Wenn ich hier noch Ich habe hier ja keine mehr bekommen Wer der größte Winx Ganz zu weit aus der roteren Kinder Samen bekommen Alter geht ja nicht Ich habe so rum Ich habe so rum in den Sugar wechseln Wo kann ich aber nicht wie Alter, super, pack den Dings drin und du gehst noch was. Im Part gehen ja manchmal mal was trinken. Jetzt packen die Uhr. Kommt der auf den Bauch auf, alter. Na ja, mach mal kurz den Cut, Leute. Sehen wir uns nächste Part wieder.